Nein, wir wollen nicht lesen. Wir wollen Futter haben. Futter haben? Oh, cool. So. Wir haben auch keine Ahnung in der Lima um uns. Wo ist er? Oh, da war er. Ja komm, verteidigt mich. Hä? Echt jetzt? Wann ist er für einer? Wie lange sind seine Arme denn? Der ist ja mal bitter. Gut, laufen wir mal ein bisschen her, ne? Wo ist er? Da hinten? Okay. Komm, noch einmal. Bitte. Ey, wir haben keine Falle mehr. Scheiß die Wand an. Ey, habt ihr ihn erledigt? Gut. Äh. Alter, Alter. Was war das für ein fetter Sack, Junge? Der war mächtig, mächtig. So, Evo, zu mir. Ja, ich komme. Wo bist du? Hier? Wiegmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich in der Stadtmauer. War anstrengend. Nein. Hat aber auch Spaß gemacht, ne? Okay. Ja. Aber wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Cool. Lass den ganzen Schier wissen, dass wir Granterbrück zurückerobert haben. Da, das. Habe ich schon schon gesehen, das Horn. Der Klang des Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso ich? Wieso nicht? Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Oh, hier hätten wir noch. Du hast das Blatt gewendet. Top-Länge. Wie ist das denn noch? Adrenaline voll machen können. Tor, verleiht mir Kraft. Gut. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wie der Leben einhauchen. Okay. Blasen wir ins Horn. Stoßen wir ins Horn. Beim Saufen haben wir nicht so viel Glück, aber hier. Hört sich gut an. Zurückerobert. Wohin, haben wir jetzt ein neues Bündnis? Weiß gar nicht. Ist das ja der erste, ne, was wir haben? Ah, cool. Es wird gefeiert. La, 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 la. Und wir saufen und saufen und saufen. Wir saufen. Nur saufen. Seht euch alle an. Krieger. Stattlich. Gut aussehend. Jop. Na, Blut getränkt. Gratzerbrücke hört endlich wieder uns. Und morgen treten wir die Letzten von Wigmunds Feuerchen aus. Doch heute, heute Nacht, feiern wir wie die Götter. Ja. Ja, die Wikinger wussten, wie man feiert. Na, bahnt sie da was an? Wer weiß, wer weiß. Hey, sagt sie. Oh, nächstes Morgen. Oh, schönes Langhaus. Da liegen sie alle, die Besoffenen. Und wo sind wir? Sind wir auch noch besoffen? Da ist das mal so, Mann, ne? Ach, wir liegen hier. Ich dachte, schwachen mit ihr. Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Aber so weit fallen wir lang so auf dem Boden jetzt hier. Aber hast du auch gefeiert, oder getrauert? Du schienst hin- und hergerissen. Okay, komm. Wir gehen hinterher, komm. Döp, döp. Oh. Aha, ein Flucht-Tunnel. Okay. Glaubst du, es gibt ein Verräter, oder es könnte eine andere in Erklärung geben? Nee. Verräter, komm. Ja, genau. Das ist die Frage. Entweder Lief, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Ich würde mal nicht sagen, die Bühne. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke. Ich habe Galin, Lief und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wigmunds Macht im Skier zu vernichten. Okay. Triff dich mit ihnen. Plündere mit ihnen. Lerne sie kennen, so gut es geht. Und finde heraus, wer mich betrogen hat. Okay. Das ist ein guter Einfall. Da stehst du, du stehst ihnen viel näher als ich. Sie sollten uns erst um Wigmund kümmern, oder? Haben wir so gut. Einen so heimtückischen Verrat vermag ich mir kaum vorzustellen. Aber wenn jemand fähig ist, einen Schwur so zu brechen, dann muss es doch Anzeichen dafür geben. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Oh ja. Genau. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Granterbrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eines der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Was haben wir gekriegt? Was hat es uns gegeben? Zu neuem Ruhm abgeschlossen. So, okay. Boah. Bloodwolf, leichter Schild. Mehr Request angenommen. Okay. Ist ja klar, dass wir eine Mehrrequest haben. Wir müssen ja die drei besuchen. Äh. Ach, hier. Entweder können wir den Hammer oder das Schild, ne? Das Schild ist neu. Okay. Wobei das Schild nutzt sich ja so gut wie kaum, ne? Wollen wir den ausrüsten, mal gucken. Den Eisenstern. Dass der so bringt, ja, ne? Äh. Ging wohl nicht, wa? Ging bloß auf der anderen Hand. Okay. Ausrüsten, ja. Haben wir jetzt ausgerüstet, oder nicht? Jetzt. Okay. Aha. Okay. Mal gucken in der Welt. Wo sind die denn? Äh. Nicht zu sehen, aber wir können uns mal hier umschauen, ne? In der Stadt. Oh, was ist das? So, mein Starbruch. Letzte Nacht wurde zünftig gefeiert. Es wurden genauso viele E-L-Verschöne wie getrunken. Wir erzählen uns die Geschichte der Schlacht, wie wir sie erlebt hatten. Und nachten über Wigmund und Tölpel, der er ein Herr nennt. Stolz kam in mir auf Freude, Erleichterung. Für einen Moment dachte ich, wir wäre nie fort gewesen. Huch. Der Ruch. Ja, hau. Alles, das Knissen, des Feuers, alles stimmte. Doch, 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 dann stimmte es nicht mehr. Mein Lächeln schwangen und ich... ...mussste wieder an Blut denken. Äh, verräte es unter uns. Jemand half Wigmund aus der Stadt zu fliehen. Jemand, die den Krieg ausdehlen will, statt ihn zu beenden. Es wird kein Entrennen geben. Wer Wigmund am Leben gefolgt ist, soll ihm auch in den Tod folgen. Okay, ja, weil ich das mache schon. Oh, da ist ein Schatz. Gibt es nochmal Pfeile? Ja, gut, dann gehen wir mal runter. Hallo, darf er mal? Darf er mal? Danke. Hä, ist doch gerade einer hochgestiegen. Jo. Ah, da. Okay. Oh, müssen Leiter nehmen. Echt? Na gut. Da unten ist... Aufräum! Hör auf zu mehr gehen. Lass uns durch. So. Oh, Luftschlange. Okay. Na, mit der Pfeile geht es ganz gut. Gut. Habe du auch was für uns? Leiter. Leiter. So. Dann kommen wir irgendwie wieder raus. Es wird hell. Okay. Ja, was ist das hier? Ach, Pfeil. Oh Gott. Ach, das ist ein Seil, ist das. Äh, ich dachte schon. Oh. Oh. Oh, da. Okay. Ist das ein Hinweis? Ah. Wir müssen den viermal langen, müssen. Da oben, auch im Turm haben wir es gesehen. Da war ein grauer Punkt. Ah! Oder war das bloß vorn? Vorn im Radar kann auch sein, ne? Na komm, ich geh mal dahin. Ich geh mal dahin! Da oben sind welche, okay. Sind das wieder Leichen? Oh! Oh, Mieze-Katze! Oh, ein Mieze-Mieze! Sieht aber aus wie ein Puma, ne? Oder Luchs! Ist das schön!